Erstes Treffen Aus dem Augenwinkel beobachte ich ein Mädchen auf der anderen Seite des Campus. Die Sonne brennt auf ihre bloßen Schultern. Sie hat sich auf den Boden gekauert und das Gesicht an eine Fotokamera gepresst. Das Gerät muss uralt sein, denn nach jedem Foto zieht sie ein Hebel, um den Film weiter zu spulen. Der Campus zwischen uns ist nichts als eine üppige Betonlandschaft. Anscheinend waren die Architekten des Mieser Community College der Meinung, das billigste Baumaterial sei gerade gut genug für Studenten unserer Preisklasse. An Privatunis bekommt man von Gärten umrahmte Hörsäle, sodass die Studenten beim Plätschern von Springbrunnen Robert Frosts Gedichte zitieren können. Staatliche Unis haben Betonbänke und eine Mensa, deren Spezialität fettige Pommes sind. Da weiß man doch gleich, wo man in der Hackordnung hingehört. Mein Blick wandert zurück zu dem merkwürdigen Mädchen. Sie treibt sich immer irgendwo auf dem Campus herum. Manchmal sitzt sie an einem Baum gelehnt und schreibt in ein Notizbuch. Manchmal pfeift sie vor sich hin. Sie ist immer allein und trägt jeden Tag dieselben ausgelatschten schwarzen Adidas. Ich glaube, das gleiche Modell hatte ich, als ich zwölf war. Ihr anderes Lieblingskleidungsstück ist eine schlabberige Jeans. Was vor allem deshalb bemerkenswert ist, weil die Sommertemperatur in Phoenix durchschnittlich 40 Grad beträgt. Die Jeans rutscht ihr fast von den dünnen Hüften und ist so weit geschnitten, dass die Hosenbeine flattern. Heute trägt sie dazu ein Top in Zitronengelb, das sich an ihre Taille schmiegt. Das Mädchen hat ähnlich viele Kurven wie eine Bohnenstange. Einmal hat sie bemerkt, dass ich sie beobachte und gegrinst. Also habe ich weggeschaut. Ich bin nicht auf der Suche nach Freundschaft. Sie ist nur ein Objekt, an das meine Augen sich heften können, während ich abschalte und warte, dass die Zeit vergeht. Ich sitze an der Wand des naturwissenschaftlichen Trakts im Schatten und habe meine Baseballkappe tief in die Stirn gezogen. Auch im Unterricht nehme ich sie nie ab. Sie gibt mir das Gefühl, als könnte ich mich unsichtbar machen, nur indem ich den Schirm nach unten ziehe. Damit kann ich die Welt ausschließen und unbemerkt Leute beobachten. Vor allem stache ich natürlich den Mädchen nach, die mit ihren kurzen Röcken vorüberstöckeln und ihre gebräunten Beine zeigen. Ich scrolle auf meinem iPod durch die Alben, bis ich beim Hip-Hop ankomme. Musik ist jahreszeitlich. Im Sommer höre ich fast nur noch schnelle Rhythmen, wild und funky. Wenn der Winter kommt, mag ich es langsamer. Akustische Gitarre, all these. Jetzt trommele ich mit den Fingern den Rhythmus und drücke mich davor, zum Unterricht zu gehen. Nichts ist schlimmer, als im Sommerkurs abwechselnd Mathe und kreatives Schreiben zu haben. Als mein Blick wieder bei dem Mädchen landet, sehe ich sie flach auf dem Bauch liegen, mitten auf dem Gehweg. Was tut sie da? Fotografiert sie wirklich den bescheuerten Asphalt? Ratlos mustere ich ihren schlachsigen Körper. Sie ist nicht dünn wie die ausgehungerten Models in Zeitschriften. Er wirkt sie hyperaktiv schlank, als würde ihre Geheimdiät darin bestehen, das Leben möglichst rasant zu genießen. Ich schaue nach der Uhrzeit und runzele die Stirn. Natürlich muss das Mädchen genau den Weg blockieren, der zwischen mir und der Literaturwissenschaft liegt. Ich könnte um sie herumgehen. Andererseits habe ich noch nie jemanden gesehen, der mit solcher Hingabe einen Gehweg fotografiert. Ich will wissen, was an dem so spannend ist. Also nähere ich mich ihr vorsichtig wie einem Tier, das unerwartet beißen könnte. Noch immer liegt sie beuchlings ausgestreckt, auf den knochigen Ellbogen abgestützt und hält die Kamera mit beiden Händen absolut still. Komm nicht näher, warnt sie mich plötzlich. Ich bleibe einige Meter entfernt stehen. Der Wind wirbelt Sand auf. Aus ihrem Zopf haben sich einige braune Haarsträhnen gelöst und wehen ihr ins Gesicht. Ich schaue missmutig auf sie herab. Du liegst mir im Weg, sage ich. Sie wendet langsam den Kopf. Still, sonst verscheust du sie noch, flüstert sie. Der Weg ist leer. Ich betrachte das Mädchen besorgt. Vielleicht ist sie schizophren, vielleicht hat die Wüstenhitze ihr Gehirn verbrutzelt. Aber da entdecke ich nur Zentimeter vor ihrem Gesicht zwei blassgrüne Geckos. Sie haben einander die Köpfe zugewandt, als würden sie sich unterhalten. Ich stehe ganz still und sehe zu, wie das Mädchen sorgfältig an der Kamera die Schärfe einstellt. Sie drückt den Auslöser und ich höre ein leises Klicken. Hab sie, sagt sie, steht auf und klopft sich Sand von der Jeans. Sie ist größer als ich dachte und reicht fast an meiner 1,85 Jahrern. Gar nicht einfach die Kerlchen zu überzeugen, dass sie stillhalten sollen. Sie lächelt mich mit braunen Augen an. Die sind furchtbar kamerascheu. Ich mustere sie von Kopf bis Fuß und tippe auf den mittleren Westen. Du bist ganz schön weit weg von zu Hause, oder? Ihre Haut ist voller Sommersprossen, aber nicht so dunkel wie bei uns Einheimischen. Wenn man täglich von der Arizona-Sonne gegrillt wird, hört das Melanin nicht mal im Winter auf, Bräune zu produzieren. Wieso? fragt sie. Weil du dich benimmst, als hättest du nicht alle Tassen im Schrank. Weil man hier nicht viele Leute sieht, die sich auf kochend heißem Beton ausstrecken, um eine Nahaufnahme von zwei Geckos zu machen. Lass ich sie wissen. Die Viecher sind überall. Ja schon, aber sie sind so zutraulich. Ich bin für die Sommerferien hier, beantwortet sie meine Frage. Normalerweise würde ich schon gar nicht mehr hier stehen, denn Smalltalk ist nicht meine Sache. Aber dieses Mädchen wird mit jeder Minute bizarrer. Sommerferien in Phoenix? Sie grinst über meine geschockte Stimme. Die meisten Leute fliehen um diese Jahreszeit aus unserer Wüstenregion. Außer sie mögen das Gefühl knusprig gebratener Haut oder schließen sich gerne den ganzen Tag in einem Riesenkühlschrank ein, den man gemeinhin als Klimaanlage bezeichnet. Ich wollte schon immer die Wüste sehen, sagt sie. Hast du nach dem Unterricht was vor? Die Frage kommt so selbstbewusst heraus, dass mir der Mund offen stehen bleibt. Bildet sie sich ein, dass ich hier stehe, weil ich mit ihr sprechen will? Ist dir nicht klar, dass sie einfach nur meinen Weg blockiert hat? Äh, stammle ich. Meine Tage sehen immer gleich aus. Mittag essen, Computerspiele, Gitarre üben, Handeln stemmen, übers Leben nachgrübeln, meinen Eltern aus dem Weg gehen, im Videoladen jobben. Ich könnte jemanden brauchen, der mich nach Hause fährt. Ich tue so, als würde ich eine Nachricht auf meinem Handy checken, um Zeit zu gewinnen und mir eine Ausrede einfallen zu lassen. Weil ich nämlich mit dem Bus von Scottsdale gekommen bin und das hat zwei Stunden gedauert. Schon wieder klappt mir die Kinnlade herunter. Du wohnst in Phoenix und hast kein Auto? Doch, nur mit dem Bus sehe ich mehr von der Gegend. Aber heute kannst du ja mein Stadtführer sein. Glaubt sie wirklich, dass ich nachmittags nichts anderes zu tun habe, als Chauffeur zu spielen? Nun ja, stimmt natürlich. Aber trotzdem ist es unhöflich, so etwas anzunehmen. Außerdem würde keine normale Person einen Wildfremden mit einem derartigen Wunsch überfallen. Und wer fährt schon freiwillig mit dem Bus, einem Ghetto auf Rädern? Du kennst mich doch gar nicht, warne ich sie. Vielleicht züchte ich in meiner Freizeit Skorpione. Sie mustert mich einen Moment, dann lächelt sie. Ich habe dich schon öfter gesehen. Du tust nicht viel, sitzt im Schatten herum, trommelst mit den Fingern auf den Boden und hörst Musik. Manchmal spielst du auch Luftgitarre. Die meiste Zeit siehst du gelangweilt und schläfrig aus. Aber insgesamt wirkst du harmlos. Außerdem bist du irgendwie süß. Ich starre sie an. Also hat sie mich beobachtet, während ich sie beobachtet habe. Und ihr Urteil lautet, langweilig und harmlos. Ich frage mich, ob ich bei allen Mädchen so ankomme. Naja, wenigstens hat sie noch irgendwie süß hinterhergeschoben. Ich kann dich in einer Stunde hier abholen, höre ich mich selbst sagen. Am liebsten würde ich die Worte in der Schublade halb bloß den Mund, du Idiot, wieder verschwinden lassen. Aber bevor ich mein Angebot zurücknehmen kann, nickt sie. Perfekt. Ich knipse in der Zwischenzeit die restlichen Fotos für meine Campus-Serie. Mein Blick wandert über das vertrocknete Gras, die Betonbänke, die dürren Bäume und den staubigen Boden. Sie will eine ganze Stunde damit verbringen, etwas abzulichten, von dessen Hässlichkeit einem die Augen brennen? Mit einem Seufzer mache ich mich auf zu meinem Schreibkurs und denke bereits über einen Fluchtplan nach. Ich sitze auf dem kratzigen Gras und schaue dem Jungen nach, während er sich so hastig durch die Tür des Unigebäudes duckt, als müsse er in Deckung gehen. Bei meinem Fotografiekurs habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens, wie man Leute beobachtet. Kaum zu glauben, was Menschen über sich verraten, wenn sie glauben, dass niemand hinschaut. Zweitens, Schönheit gerade dort zu suchen, wo sie schwer zu entdecken ist. Gar nicht einfach, das Leben wie durch eine Kameralinse zu betrachten, aber ich mag Herausforderungen. Normale Schönheit kann jeder sehen. Doch inzwischen bleibt mein Blick an den Kleinigkeiten hängen, die man nur mit Geduld entdeckt. Was Risse, Schwachstellen und Kanten hat, ist so viel interessanter als polierte Perfektion. Das gilt auch für Menschen. Ich halte mich an den Tipp meines Lehrers, jeden Tag eine Stunde lang Leute zu beobachten und Eindrücke zu sammeln. Eine Kamera hat gewisse Ähnlichkeit mit einem Tagebuch. Sie bewahrt Gefühle, Erinnerungen und Geschichten, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Dadurch bin ich auf diesen Typen aufmerksam geworden. Er ist leicht zu übersehen. Sein Rücken ist immer an irgendein Gebäude geheftet, und ich war kurz davor, ihn für eine moderne Statue zu halten, bis sich eines Tages unsere Blicke trafen. Selbst auf die Entfernung überraschte mich das Blau seiner Augen. Von nahem betrachtet ist es noch eindrucksvoller. Ziemlich schwer, sich wieder loszureißen. Aber vor allem faszinierte mich, dass seine Augen die Welt nicht zu sehen, sondern abzublocken schienen. Wie verspiegelte Brillengläser. Als ich ihn versuchsweise anlächelte, kam nichts zurück. Er nickte nicht einmal. Stattdessen wandte er sich ab. Gerade weil er sich so anstrengt, unsichtbar zu wirken, hebt er sich in meinen Augen von der Menge ab. Als ich ein Widerdegesstptioner habe, wenn ich nicht meine Augen banane, ม herum就可以 zwar sein, aber sie sind Titanium, wenn ich nun wieder Mentorne sage. Vielen Dank.